Unerwarteterweise hielt sich Kerrigan an ihr Versprechen und erlaubte Ceratul und einigen seiner Brüder, den Planeten Char lebend zu verlassen. Die erschöpften, zerschlagenen Protos setzten Kurs auf den Planeten Shakuras. Dort hofften sie, ihren Mitstreiter Athanis und andere Überlebende zu treffen, die Kerrigans Vernichtungsfeldzug entkommen waren. Meine Freunde, wir haben eine schwere Niederlage erlebt. Unsere Matriarchen ist tot. Unsere Flotten wurden in alle Sternenrichtungen verstreut. Und Kerrigan hat die Zergschwärme völlig unter ihre Kontrolle gebracht. Trotzdem müssen wir weiterkämpfen. Unser wichtigstes Ziel ist jetzt, Artanis und seine Krieger zu finden. Sobald wir mit ihm Kontakt aufgenommen haben, können wir nach Shakuras zurückkehren und unsere weiteren Schritte planen. Velazirathul, wir fangen Energiesignaturen auf, die nur von Protos Technologien stammen können. Ihr Ursprung ist ein in der Nähe gelegener unbekannter Mond. In unseren Unterlagen findet sich jedoch keinerlei Hinweis darauf, dass sich in diesem Quadranten jemals eine Siedlung der Protos befunden hat. Seltsam. Möglicherweise halten sich Artanis oder andere Überlebende unserer Flotte dort auf. Auf jeden Fall aber ist es unsere Pflicht, die Quelle dieser Energiesignaturen zu untersuchen. Setzt Kurs zum dunklen Mond. Falls sich Artanis dort befindet, werden wir ihn aufspüren. Und da gibt es ja auch, da gab es mal einen, der hat das auch gespielt. Und auf einmal stand da Bonus-Mission. Und da wir ja in den letzten, ich glaube, 40 Sekunden das letzte Level geschafft haben, haben wir wahrscheinlich dieses Bonus-Level nicht freigeschalten. Also, habe ich mir gedacht, machst du es nochmal? Im Übrigen, ich habe es viermal nochmal gemacht. Und irgendwie nach so, na doch, was war es, was war es in letzter Zeit? Sechs, sechseinhalb Minuten waren dann noch übrig. Und dann auf einmal stand da so ein kleines Info-Textchen. Bonus-Mission freigeschalten. Und das ist jetzt das hier. Und das spielen wir jetzt noch. Es war schade, dass ich euch das jetzt nicht zeigen gekonnt habe. Aber außer, dass hier stand, Bonus-Mission freigeschalten, habt ihr nichts viel verpasst im letzten Level. Und ja, wir fangen mal an und gucken, was das jetzt ist. Zeratul, unsere Sensoren haben in der Nähe der Energiesignaturen ein kleines, terranisches Lager entdeckt. Verstanden. Ich werde mich selbst darum kümmern. Ja, wir spielen jetzt wieder Protos und wir hören auch Protos-Musik und keine Zerg-Musik. Das ist ja witzig. So. Schlappen wir mal weiter. Aha. Das sind, äh... Flop. 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 Gut, die werden weg. Jetzt nehmen wir mal von dem was mit. Im Chaos. Ja. Gedanken im Chaos. So, warte mal. Du, komm mal da hin. Stopp. Fahr weg. Alter, da war böse eingesteckt jetzt der Panzer. Was war gestern? So. Jetzt nehmen wir mal noch den anderen. Ja, ja, ja. So, warte mal. Du, komm mit. Und dich nehmen wir auch noch mit. Weil dich werde ich wahrscheinlich für was anderes brauchen. Dich brauche ich als Detektor. Was kostet denn sowas? Ach, verdammt. So, warte mal. Dich nehmen wir mit. Komm mal her. Ach. So, warte mal. Komm mal her. Übermitteln Befehle. Ja. So, bingo. Jetzt haben wir das. Wir haben zwei Panzer. Wir haben zwei, äh, Dragoner. Warte mal, wir speichern jetzt nochmal schnell. So. Jetzt. Ziel identifizieren. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ah, grüße Commander. So, Freund. Zielgebiet? Ja, Sir. Absolut. Wo mal dahin, bitte? Und? Was haben wir hier? Treffen die das Ding? Natürlich nicht. Sind zu weit weg. So, jetzt aber. Was? Ah, du Arsch. Ich hätte gern drei Panzer-Cut. Oh, nein. Den Spaß gönnt man mir nicht. Toll. Jetzt sieht er wieder nix. Oh, weggebollert. Blöde, kranke Schwester. Warte mal. Ja, da will ich jetzt noch nicht hin. Die sehen mich. Das sind Detektoren. So soll es sein. Ich tue es für A-Jur. Hentaro, A-Dun. So, warte mal. Hauptquartier, empfange Befehle. Jetzt fahren wir kurz da runter. Ja. Komm. Mach mal hinne. Äh. Nase. Dahin. So, hau denn mal weg. So. Ja, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Weiter geht's. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Absolut. Werd ausgeführt. So. Hauptquartier, empfange Befehle. So, jetzt haben wir hier zwei. Ich hätte zwar gern drei gehabt. Macht aber jetzt nix. Ich habe noch meine ganzen Arschons. Das ist sehr gut. Du, komm mal kurz mit. Ich will mal das da kurz angucken. Ich tue es für A-Jur. Hentaro, A-Dun. In dieser Zelle befindet sich ein Protasch. Achtung, Gefahr. Testobjekt 23 erleidet psychischen Feedback. Pylonenkristalle im kritischen Bereich. Ein Schmelzen der Zelle steht unmittelbar bevor. Verkrankt. Die Benutzung der Pylonen bereitet den Terranen größere Probleme als ich dachte. Und ich habe noch immer keine Ahnung, warum sie diesen Protasch in der Zelle gefangen halten. Tja, vielleicht machen sie Experimente mit denen. Ich tue es für A-Jur. Illegale Experimente an Protasch. So soll es sein. Ich tue es für A-Jur. Warte mal, ich speichere jetzt nochmal schnell. Entschuldigung, wenn ich jetzt viel zu oft speichere. Aber das hat mich jetzt keinen Bock hier alles nochmal von vorne zu machen. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Wird ausgeführt. So, ihr stellt euch mal da hin. Jetzt wird erstmal der Pylonen da weggebollert. Trifft er denn A? Ja, dann trifft er auch. Ja, das ist... Macht er den Pylonen da weg? Ja. Sehr gut. Was? Ey, wieso schießt du auf den? Stop. Depp. Deppi, depp. Soll ich auf den schieße? Aber jetzt ist er mal, wenn ich noch ein Schiff... Speichern. Speichern. So. Jetzt halben wir. Jetzt halben wir. Oder eine schwere Kreuz, Sir. Das ist sehr gut. Der ist noch nicht blind. Das ist wunderbar. Mach du Modendo weg, bitte. Darunter gondeln. Ja, bloß die sind halt eben... Ja, noch gar nichts. Ist noch gar nicht aufgerüstet. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Boing. Wer hat ausgeführt? Gut. Dann hätte man weggebollert. Ah, da unten, da ist auch noch was. Da gehen wir gleich mal gucken. So. Jetzt hier. Belagerungsmodus, bitte. Ich bleibst mal da stehen. So. Ich bleibst mal da stehen. Aber noch mehr. Und das ist noch gar nicht aufgerüstet. Daten. DNA-Code berechnet und archiviert. Psyonische Strahlung minimal. Die Unverschämtheit dieser Tarane macht mich wütend. Wenn sie unbedingt mehr über Protoss-Krieger wissen wollen, dann werde ich ihnen dazu Gelegenheit aus erster Hand geben. Genau. Ich tue es für A-Jur. So. Hentaro A-Dun. So soll es sein. Wenn man hier oben schön ist. Irgendwer entlädt hier ständig. So, warte mal. Du haltest mal hier Position. Übermittelbefehle. Nochmal kurz speichern. Bestellt euch, Sir. So, wie viel habt ihr? Mach den nimm mal weg. Ach, egal. Boing. Wir haben wieder, wir haben böse einstecken müssen mit meinem Träger, äh, mit meinem Kommandoschiff. Boing. Kommt mal her. Hehehe. So. Mal, halt mal hier Position. Das ist auch noch so ein blöder. Springt der raus aus seiner Box? So soll es sein. Oh. So soll es sein. Es wird geschehen. Uah. Hau ab. Ventaro A-Dun. Und was soll ich da, Terraner? Noch der, du. Saftsack. So, warte mal. Da ist noch einer. Ich tue es für A-Dun. Dann boll er mal mal weg. Noch eine Stasis-Zelle. Es wird geschehen. Ich hoffe, dass der auch nicht rauskommt. So. Du, komm mal her. WBF. Den brauchen wir sehr dringend. So soll es sein. Da sind noch ein paar. Ventaro A-Dun. Es wird geschehen. Hehehehe. Na, dann tue ich mal kurz in Deku. So, warte mal. So. Nein, du vernichtest nicht. Du, äh, Gedanken kontrollierst. Ich brauch nämlich dein WBF. Alter! Meine Fräse, ey. Also noch mehr. Ich will doch nur den WBF da oben haben. Warum könnt ihr mir das nicht? Was haben wir gestern gehabt? So, wo ist er? WBF? WBF? Du, komm her. Ah, also. So, Freund. Ja, du bleib mal da. Das Trägerschiff könnte ein bisschen Reparatur gebrauchen. So. Warte mal. Erst wenn das grün ist. Wir haben nicht viele Ressourcen da oben. Sehe ich gerade. So, okay. Geht es lang. Jetzt machen wir den Ente-Panzer da. Bis der Armut so schön grün wird. Ah, der ist blind. Er trifft ja wieder nix. Nein, nix. Zielgebiet. So, reparieren. Den da. Ziel identifizieren. So, dann passt das ja schon. Gut. Okay, 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 okay. Nicht übertreiben. So, jetzt speichern wir nochmal schnell. So. Äh, halt. Nur mit. So, sind wir beide mal mit. Oh, sind wir da unten. Da unten ist noch was, was ich mit dem, äh, Kreuzer kaputt machen kann. Weiter geht's. Werd ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Alle Mannschaften bereit. Warte, wir fahren mal kurz da runter. Machen mal das Ding da unten weg. Dann hole ich mal noch den zweiten. Hopp. Boing. Ach, ich muss hier noch rumheben. Kurs setzen. Dann mal los. Kurs setzen. Dieser blinde zieht da nix. Ich bin mal gespannt. Guten Tag, Commander. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Warte mal, das speichern wir jetzt mal unter drei. So, warte mal, du komm mal kurz her. Du gehörst jetzt mir. Komm mal her. Ah. Gut, jetzt haben wir schon mal zwei. Naja, bestätigt. So, ihr, kommt mal mit. Wer ihn kaputt kriegt. Wunderbar. Scheiße, dass der blind ist jetzt. Er trifft wahrscheinlich nicht immer sein eigener Fuß. So blind, wie der jetzt ist. Nicht so was. Jetzt mal. Jetzt mal bitte vorkundeln. So, und. Wusch. Wunderbar, wunderbar. Gut, äh. Wo ist ne Zeratul? Ah, da. Warte mal, den muss ich jetzt mal kurz, den muss ich mal kurz stacken, dass ich weiß, wo er ist. Können wir da unten noch irgendwas machen? Oder? Ich glaub nicht. Mit dem blinden Kreuzer gewinne ich jetzt auch keinen Blumentop mehr. Vielleicht soll ich mal so ne Krankenschwester infizieren. Oh, 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 oh. Warte mal, wir müssen mal noch ein bisschen vorwärts. So geht das nämlich nicht. So, hier mal da hin, bitte. So. Noch irgendwo was? Ah, grüße, Commander. Bestätigt, Sir. Los geht's. Beginne. Bestätigt, Sir. Treffen die denn auch? Ja. Die treffen die auch. Hehe, weggepullert. Sehr schön. Ach, das ärgert mich, dass der blind ist. So, ihr adapt mal da mit. So, du, Kommandar mit. Was geht hier vor? In dieser Zelle befindet sich ein Zerkling. Was soll das Ganze? Testobjekt 27 in Kälte schlagen. Neuroscan abgeschlossen und archiviert. DNA-Code berechnet und archiviert. Genvermischung zwischen Testobjekten 25 und 27 abgeschlossen. Experiment 2273 läuft. Bei allen Göttern. Das ist doch nicht möglich. Doch, scheinbar schon. Die wollen hier wahrscheinlich irgendwas hybridmäßiges zeugen. Aber ich möchte mich erst mal da oben noch ein bisschen umgucken, dass die Karte ein bisschen aufgedeckt ist. Letzt, dass ich da was vergessen hab. Aha, da ist nix mehr. Bestätigt, Sir. So, da ist auch nix mehr. Ich kann mal kurz da oben nochmal gucken. Die Dinger fliegen ja ziemlich flott. Und haben auch einen ziemlich großen Sichtradius. Ich decke mal erst mal hier alles auf, was schwarz ist. Dass ich hier wirklich was vergessen hab. Denke ich aber ehrlich gesagt nicht. Bestätigt, Sir. Brillant. Beginne. Oh. Wunderbar. Beginne. Sehr schön. Bestätigt, Sir. Los geht's. Bestätigt, Sir. Beginne. Bestätigt, Sir. Ah, jetzt ne. Du hast immer noch ein roter. Der kann ja momentan gestohlen bleiben. Bestätigt, Sir. Brillant. So, du bleib mal da unten. Beginne. Halt mal hier Position. Ja, Sir. So. Jetzt fahr mal da runter. Absolut. Werd ausgeführt. So, jetzt stell du dich mal da hin. Ja, Sir. Zielgebiet. So, gut. Ah, grüße Commander. Beginne. Ja, ja, ja. Beginne du mal. Bestätigt, Sir. Los geht's. Oh, oh. Oh, 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 oh. Keine gute Idee. Komm ich da irgendwie zu dem hoch? Ah, na der hat er gespielt. So, dass der blind ist. Ja. Wie krieg ich diesen Blindzustand jetzt weg? Ich hab ja jetzt nichts, was das kurieren könnte. Ist das ärgerlich. Dann mal los. Ah, super. Eure Krieger verkehrt. Ziel identifizieren. Ach, dann mach halt eben das Trägerschiff weg. Absolut. Ach. Das Trägerschiff, das kann ich jetzt mal. Äh, Trägerschiff. Ich spiel hier teilweise Terraner. So. Belagerungsmodus bitte. So. Hier kommt man da hin mit. Da oben ist mein Wibbiff. Dann brauchen wir auch gleich. Ja, dann geht ihr mal. So. Ihr haltet mal hier Position. Du komm mal mit. Verstanden. Bestätigt. Sofort, Sir. Bestätigt. Hauptquartier, empfange Befehle. Bestätigen optischen Empfang. Beginne. Warte mal. Bestätigt, Sir. Hallo. Brillant. Na ihr, Saftnasen. Ja, Sir. Kleinen Moment. Wir gondeln mal ein bisschen vorwärts. So. Oh oh. Zielgebiet. Hauptquartier, empfange Befehle. Doch weg. Nee, nee. Gut. Das hätten wir. Speichern wir nochmal schnell. Was hätten wir da unten? Na, da unten. Da ist nichts mehr. Aber hier wird wahrscheinlich noch wieder was sein. Ich kenne doch mein Glück. Ja, ja, ja. Gut. Bestätigt, Sir. Alle Mannschaften bereit. Ja, bereit und blind. Energie. Hauptquartier, empfange Befehle. Werde ich gebraucht. Initialisieren. So. Du mal da hin. No way. Erwarte Instruktionen. So. Position halten. Ah, grüße Commander. Bestätigt, Sir. Mal gucken, was wir da hinten so alles hennen. Ja. Waah. Brilliant. Beginne. Bestätigt, Sir. Welne Bereitschaften. Okay. Macht nix. Ha. Aber ein Hämmer. Zielvektor erfasst. Wunderbar. Speichern. Speichern. So, du enttarnst dir mal. So, warte mal. Der hat noch voll Saft. Der hat noch voll Saft. Ah, grüße Commander. Komm mal, du bist der mit. Bestätigen optischen Empfang. Beginne. Mal gucken, was wir da noch so finden. Oh, ein Ghost. Bestätigt, Sir. Da war ein Ghost. Bestätigt, Sir. Ja, komm, Trägerschiff. Komm, ja. Komm, putt, putt, putt. Komm. Los geht's. Ah. Ja, komm, komm. Ja, komm. Sei ein braves Trägerschiff. Komm. Komm, komm, komm. Komm. Komm, Träger. Dann habe ich mir nicht nur wieder Gescheites. So, komm. Komm her, du, du. Du, du, du. Du, komm her. Nein, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Weg, weg, weg. Äh. Dann mal los. Also noch eins. Ach, nee, jetzt. Das ist jetzt doof. Ich hätte zwei Trägerschiffe habe gekennen. Ah, zum Glück. Ah. Da ist das, was am Arsch ist. So. So. So, da haben wir einen Bunker. Da hinten haben wir noch ein paar Panzer, die mal zweckentfremden können. Sehr schön. Guten Tag, Commander. Empfange Signal. Guten Tag, Commander. Ja, ja, ja. Ja, Sir. Ja, Sir. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten deichsel. Speichern vorsichtshalber nochmal. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Am aller, allerliebsten esse ich Schokokrispies. Befehle, Sir. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ist mir ein Vergnügen, Sir. Wird ausgeführt. Weiter geht's. Absolut. So. Was ist der denn? Natürlich trifft er denn so nicht. Ich muss den Raketeturm so irgendwie wegkriegen. Wird ausgeführt. Bestätigen optischen Empfang. Beginne. Beginne du mal. Bestätigt, Sir. Gut. Du bleib du mal. Wir fahren jetzt mal ein bisschen näher ran. Weiter geht's. Hopp, bollern, weg. So. Treff. Ja. Dann treffen die. Das ist sehr gut. Hopp, mach den weg. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Die haben sich gegenseitig kaputt gemacht. Okay. Kann auch passieren. Warte mal. Was denn mal hier noch schön ist? Vielleicht soll ich noch mal mit einem Archion oder so kommen. Hey, da wird's go. Boah, legt doch. Mach weg. Ja, Sir. Ruffrequenzen offen. Alle Mannschaften bereit. Toll. Dann habe ich hier noch den Blinder. Koordinaten übermitteln. Angriffsformation. Dann haben wir hier noch was. Aber ich kriege den da nicht weg, weil da noch was ist. Nee. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Melde mich zum Dienstag. So, wir speichern jetzt nochmal schnell. Abzweich das jetzt am geschicktesten. Wie machen wir das? Weiter, Commander. Koordinaten empfangen. Anglersformation. Koordinaten empfangen. Anglersformation. Roger. Ziel ist ein guter Pass. Koordinaten empfangen. Koordinaten empfangen. Du bist da, Commander. Dann mal los. Kurs setzen. Hauptquantier empfange Befehle. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie wir sehen. Auch Energie. Wie hast du vergessen, Martin? Hm. Was ist Feedback? Mählstrom. Wie komme ich da jetzt da hinten hin? Weil das da kriege ich so nicht weg. Wie helfen euch. Sack. Du Sack. So, ihr zwei, ihr bleibt mal. Ihr zwei, ihr bleibt mal hier. Ja, 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 ja. Gut. Der wäre schon mal weg. Gut. Also die Panzer sind schon mal weg. Ruffrequenzen offen. Alle Mannschaften bereit. Die Dinger sind A-Ball hinüber. Befehle, Sir. Hm. Wie machen wir das jetzt? Am geschicktesten. Warte mal, wir speichern jetzt nochmal schnell. Eih, der Witzker, ey. Und durch den Detektor sieht er mich, ja. Und durch den Kaspar, da sieht er mich, ach. Ärgerlich. Was ist denn, wenn ich hier noch so rumstehe? Steht noch so innen rum. Uah. Sogar noch ein Trägerschiff, oder? Sogar noch ein Trägerschiff, oder? Das will ich haben. Trägerschiff. Will haben. Ah, da war Besold auf den Sack gekriegt. Warte mal. Ja, das ist die Schildenergie. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Der hat mehr. Nämmer denn. Komm. Mann. Soll ich denn da reinkommen? Da fliegt er mit seinem blöden Trägerschiff rum. Und da komme ich auch so nicht rein. Das Ding ist blind und schon halber am Arsch. Wie machen wir das jetzt? Am geschicktesten. Dann mal los. Ja, mach mal ein blinde Kreuzer weg. So, da ist noch so ein Sack. Zielgebiet. Weiter geht's. Bestätigen optischen Empfang. Los geht's. Beginne. Ha, der war frott. Gut. Dich hätte ich weggebollert. Ziel identifizieren. Ja. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch mehrfach speichere. Aber ich will das hier nicht alles noch 3580 Mal machen. Absolut. Bestätigen optischen Empfang. Beginne. Beginne. Bestätigen. Bestätigen. Bannat'n du. Los geht's. Brillant. Beginne. Los geht's. Rehe die Hand. Verdammt. Beginne. Aber. Der eine ist weg. Alle Mannschaften bereit. Mal gucken, was wir hier so gedankentechnisch machen können. Ach verdammt eh. Da ist das Trägerschiff, was ich habe will. Empfangen Sie nach. Ja noch Guido. Mal gucken, was wir mit denen so reißen können. Na toll. Eure Krieger will kipfen den Gegner. Komm her, ich will das Trägerschiff. Hoffe. Na toll. Komm her, ich will das Trägerschiff. Und das scheiß Trägerschiff. Hopp, mach den weg. Kurs setzen. So, der kommt auch fort. Immer mit der Ruhe. Kurs setzen. Dann mal los. Kurs setzen. Energie. Gut. Der werft fort. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal Zivilisten. Waaah. Warte mal. Wir könnten doch eigentlich mit dem Zeratul. Mal gucken, ob's funktioniert. Oh Gott. Weil wenn der da weg ist. Dann sehen die mich schon nicht. wenn Taro Adul.. Ich tue es für Adul. Hahahaha. Kacke. Hängt es jetzt wirklich nur noch Dothra? Warte mal. Wo ist denn das blöde Forschungszentrum? Wo ist denn das Ding? So. So. Ansonsten haben wir hier so gut wie fast gar nichts mehr. Mir ist egal. Ich mache euch jetzt weg. Wo ist denn das? Dann mal los. Na. Ist doch zum brechen eh. Hier mach weg. Hopp. Herrschaftszeiten normal. Mal. Bestätigen optischen Empfang. Reliant. Los geht. Ich muss aufpassen, dass der da. Lass mich nicht in die Reichweite von dem da kommen. Hoppala. Und das Ding da noch weg. Wenn das doch jetzt weg ist, dann ist gut. Hoppala weg. Nicht viel. Alle Mannschaften bereiten. Das heißt, das macht dann der Zeratul. So. Nicht genügend ener. Nicht genügend ener. Ach, wie doof. Immer mit der Ruhe. Ja, super. Kleinen Moment, Freunde. Alt. Ja, ja. Mach das mal weg. So. Sehen sie mich wenigstens nicht. Und du weg. Und du weg. Und du weg. So, warte mal. Ja, mit der Schockwell kann ich nix machen. Da ist noch folgendes. Hat da unten das noch was Rotes? Den will ich noch weg haben. Wurzern. So. Gut. Dann haben wir die Mission jetzt auch schon beendet. Und noch den Rotes da unten wegmachen. Und dann ist man fertig. Und dann ist das noch nicht. Ah! Ah! Hallo, Adul. So eine... So eine Kreatur habe ich noch nie zuvor gesehen. Testobjekt 29, Klassifizierung. Rotus-Zerk-Hybrid. Befindet sich in perfektem Kälteschlaf. Psyonische Strahlung minimal. Nein! So eine Kreatur hat sich in der Kreatur hat. So eine Kreatur hat sich in der Kreatur hat. immens erhöht hat, kann ich dir versichern, dass diese Unternehmung weit über ihre beschränkten Geistesfähigkeiten hinausgeht. Wenn ihr nicht eine ihrer Marionetten seid, was seid ihr dann? Ich bin ein Diener einer weit größeren Macht. Einer Macht, die unzählige Zeit alterlang geschlafen hat und deren Abbild du in der Kreatur in dieser Zelle siehst. Habt ihr denn auch nur die geringste Ahnung, was ihr hier erschaffen habt? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, wozu dieser, dieser Hybrid fähig ist? Natürlich weiß ich das. Mit dieser Kreatur schließt sich ein Kreis. Ihre Rolle in der kosmischen Ordnung wurde bereits festgelegt, als die Sterne noch jung waren. Du siehst hier den Höhepunkt deiner Geschichte. Alles, was ich sehe, ist ein ekelhaftes Scheusal. Deine Gewalttätigkeit ist typisch, mein Sohn, genau wie deine Unfähigkeit, das größere Ausmaß der Dinge zu begreifen. Du kannst zwar alle hier vorhandenen Exemplare vernichten, aber das wird dir nicht helfen, denn ich habe diese Hybriden bereits auf vielen, sehr vielen Welten ausgesucht. Du wirst niemals alle Hybriden finden, bevor sie erwarten. Und wenn sie fragen, dann wird sich dein Universum verändern. Für immer. Ein Zerg-Protos-Hybrid. Boah, da bin ich mal gespannt auf StarCraft 2, ob die da drin vorkommen. Krieger-Trupp. Protos. Wie? Wir haben ein Gebäude gehabt. 93 vernichtet. Selber haben wir 18 verloren. Schade. Ja. Nichts erbaut. Ich dachte, ich habe schon 22 vernichtet. Wunderbar. Und Ressourcen. Naja. Sprechen wir nicht drüber. Gut. 46 Minuten. Ja, ich denke, das schneide ich in einem Part. Das ganze Laden, Speichern muss ich dann auch noch rausschneiden. Und oh, das wird auch wieder so eine schöne Arbeit. Egal. Das war jetzt die Spezialmission. Wir machen dann der letzten Zerg-Kampagne beim nächsten Mal weiter. Das, denke ich, wird auch nochmal so 5 Parts geben. Boah, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und dann ist StarCraft fertig. Ja, Heureka. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch was. Und sag Adios. Mit dem beunruhigenden Wissen über die Existenz des Hybriden kehrte Serratul zu seinem Schiff zurück und ließ den dunklen Mond hinter sich. Da er die bedrohliche Entdeckung seiner Mitstreitern nicht erklären konnte, blieb ihm nur die Furcht um die Zukunft des Universums. Mittwoch. Wines.